Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten und wir sehen hier den Klaus Kinski, alias übrigens Miss Marple. Irgendjemand hatte ja so einen Kommentar geschrieben, Miss Marple ist gar nicht gut. Nein, 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 das stimmt nicht. Miss Marple ist schon ein toller Angreifer hier und auch sein zweiter Account hier bzw. irgendeiner seiner Accounts hier ist nicht schlecht dabei. Wir gucken mal, wie er das hier gelöst hat auf die Nummer 14, 13 auf 14, also Rathaus 10 auf Rathaus 10. Ich schlage gleich ein paar Fliegen mit einer Klappe, denn jemand hatte ja nach einer guten Taktik gefragt, die ich jetzt nicht unbedingt immer liefern kann. Aber mal sehen, ob der Klaus sie hier geliefert hat. Einen Stern schon mal mit dem Rathaus weggesnackt und er hat noch ein paar Babydrachen dabei und ich hoffe, er wechselt. Er wechselt gleich noch seine Clanburg auf vielleicht einen Slammer oder sowas oder er nimmt wirklich nur Luns. Keine Ahnung. Müssen wir bis zum Schluss abwarten. Mal sehen. Ja, aber ihr habt es im Thumbnail gesehen. Die Season endet und die Liga startet. Ich wollte euch zumindest doch noch auf dem Mittwoch hier die Informationen geben, wie es ja eigentlich bei den Herausforderern im Moment ist, ob der Clan Deutschland aufmacht und wir dort vielleicht wieder Rathaus 9 Liga spielen können. Denn das habe ich die ganzen Tage nicht beigetreten, weil ich es auch nicht wusste. Ich habe es dann auch immer geschrieben. Leute, ich weiß es noch nicht, denn es gibt da so ein paar Sachen, die kann ich selber nicht regeln. Da müssen mir andere so ein bisschen beistehen. Und er hat doch noch gewechselt im Slammer. Okay, Slammer kommt hier rein. Zwei Inferno-Türme ballern jetzt auf die Queen. Das ist aber nicht so schlimm. Das sind beides Multis. Und der Slammer bahnt sich jetzt seinen Weg her. Leider wird jetzt komplett außen lang gehen, weil außen nur die Defense-Gebäude sind und die Queen muss sich hier um die Mitte kümmern. Okay, das ist aber nicht weiter schlimm. Der schützt in jedem Fall hier die Babydrachen. Jetzt ist ein, was waren da jetzt drin? Ein Loon, glaube ich, war da drin und ein Elektro-Drache. Okay, auch keine schlechte Wahl hier. Die werden ja jetzt im Event immer sehr, sehr stark gefragt. Und dann geht das hier rundherum aus und immer weiter mit den Babydrachen. Die kesseln sich jetzt auch so ein bisschen ein. Dann haben die zwar ihre Fähigkeit nicht mehr, aber sie haben immer noch ziemlich viele Trefferpunkte und sie machen in jedem Fall Schaden, auch wenn andere Luftanheiten neben ihnen sind. Also das ist nicht ganz so schlimm, wenn die sich irgendwann treffen, die sich natürlich und machen dann nicht mehr so den Schaden, den sie eigentlich machen, wenn sie alleine ja irgendwo sind, wie da oben. Die sieht man ja ganz gut. Die sind im Moment noch teilweise mit ihren Blitzen dabei. Aber, also das Blitzsymbol, das zeichnet dann das aus. Da der Letzte, der jetzt gerade kommt. Der hat so ein Blitzsymbol über den Kopf. Das ist eigentlich das Zeichen, dass er etwas stärkeren Schaden macht. Aber hier außen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück auf den Troll-Tesla. Hier Troll-Tesla auf 12. Und dann sind das hier 100% geworden. Also schönes Ding hier von Klaus Kinski aka Miss Marple. Und kann ich euch sagen, Miss Marple ist ein guter Angreifer. Gar keine Frage, denn auch im letzten CK, glaube ich, würde ich sogar sagen, war Miss Marple hier Matchwinner. Mit, ich glaube, 6 Sternen. Ich gucke mal. Marple, Marple. Ja, da 6 Sterne auf die 10 und auf die 5. Also wirklich krasses Teil. Das hat uns auch wirklich den Sieg hier gebracht. In dem Clan-Krieg hier 54, 53 gewonnen. Ultra, ultra knapp, kann ich euch sagen. Wir haben richtig, richtig gezittert gegen den 15er Clan, die sich doch um einiges sicher waren, dass sie gewinnen. Denn hier oben mit den 3ern jeweils auf die 12er, das konnten wir hier oben nicht ganz kompensieren. Aber dafür hat der Clan etwas weiter unten geschwächelt. Und da haben wir halt etwas besser gekämpft oder gedippt, kann ich euch nicht genau sagen. Hier beim Clan-Herausforderer ist in jedem Fall die Liga gesichert. Wir sind jetzt 35, so ein paar sind im Urlaub. 2, 3 spielen hier erst gar nicht mit. Unten nämlich Uschi, Toto und so weiter. Und ich denke, wir kommen wieder auf die Zahl 30, denke ich mal. Wer jetzt also noch reinkommt hier, der wird sicherlich keine Garantie bekommen, dass er noch in der Liga mitspielt. Ist einfach mal so. Und auch beim Clan Deutschland, ich gucke gerade mal Clan Deutschland, da muss erst mal jemand erreichen. Denn der Hausmeister hier, soweit ich weiß, ist auch im Urlaub. Aber achtet einfach auf den Community-Tab auf YouTube, da werde ich das wieder bekannt geben, ob wir hier kämpfen oder nicht. Also es wird wieder eine kurzfristige Sache sein. Wir haben ja zwei Tage Zeit. Das heißt also, angenommen, die Liga startet ja morgen, dann haben wir noch mal zwei Tage Zeit, um den Clan hier vielleicht wieder mit 15, 17, 19 Neunern oder so oder Zehner, kleinere Zehner oder sowas irgendwo zu befüllen in Gold 1, um dann die Liga wieder mitzuspielen. Ich sage es ja immer, Leute, wenn wir ein paar Marken abgreifen können, dann machen wir das vielleicht ganz gerne. Ich mache das ja dann auch. Ich frage einfach mal an mit dem Schief-Barfuß und versuche, den Hausmeister mal zu erreichen. Ich glaube, der ist im Urlaub. Der ist hier auch aus dem Clan raus mit seinem, einer seinen Chars oder zwei Chars hat er, glaube ich, auch hier. Und vielleicht können wir den Clan dann eröffnen, wenn er mich dann zum Vize schlägt. Dann kann ich euch erst einladen. Also so ein bisschen muss ich da ein bisschen was tun. Also Liga start in, ich muss mal selber schauen. Ich glaube, in 21 Stunden. Ja, wir spielen hier noch, glaube ich, noch ein CK. Acht Stunden geht der letzte CK jetzt noch. Da spielen wir noch mal ein. Und dann geht auch hier erst die Liga los. Jahrestags-Spezial fängt in einem Tag 21 Stunden an. Ich bin wirklich gespannt. Und viele haben ja gedacht, der Worden, der wird sicherlich nicht so ein Skin da bekommen, so ein Party-Skin. Doch, ich glaube, er wird so ein Party-Skin bekommen. Ich finde es auch ganz in Ordnung. Zum siebenjährigen Jahrestag kann man ruhig mal, ich will nicht sagen, so ein paar Flaxen machen. Aber ist sicherlich so ein bisschen auch angelehnt an andere Spiele von Supercell. Und ich finde das absolut in Ordnung. Also, wie der Worden rumrennt, ist mir eigentlich auch egal. Hauptsache, er macht das, was er machen soll, nämlich seine Truppen beschützen, beziehungsweise alle die, die in seiner Aura sind, ein wenig mehr Trefferpunkte zu gönnen. Ja, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Liga. Vergesst es auf gar keinen Fall euch in 20 Stunden oder eher, am besten eher, ich muss das hier auch noch machen, mit dem Rathaus 11, mit vielen meiner Accounts habe ich das schon gemacht. Da bin ich schon durch, aber in der letzten Saison habe ich es bei 1, 2, 3 vergessen, mir die Belohnung abzuholen. Auch wenn die Belohnung hier für euch unter Umständen nur im Silberpass sind. Für mich sind sie hier halt teilweise auch noch im Goldpass und ich kann auch noch das eine oder andere gebrauchen. Also, das Buch hier, das Heldenbuch kann ich noch gebrauchen. Tatsächlich sammelt er das ein, weil ich im Nachtdorf noch ein bisschen was zu tun habe. Und auch, ich glaube, das hier, ja, kann ich mir auch noch abholen. Also überall kann ich mir hier noch so ein bisschen Bücher abholen, bei einigen anderen Sachen. Ich meine, okay, den Heldentrank, den könnte ich jetzt für 3 Heldenlevel im Nachtdorf nehmen, aber dann nehme ich doch lieber die 10 Gems hier, genau wie den Machttrank. Ich habe alle Truppen maxed. Den Ressourcentrank, da könnte ich eigentlich einen nehmen. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht, da könnte ich mal einen nehmen. Einen Ressourcentrank können wir mal einwerfen hier, dann geht er nicht ganz, ganz flöten hier. Also mal die Sammler geboostet, denn ich muss hier noch ein bisschen was machen. Ja, ihr seht's, auch in diesem Dorf habe ich noch Mauern vor mir. Und zwar nicht, 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 nicht zu wenig, will ich mal sagen. Also über 200 Mauern noch, aber die können auch ziemlich schnell gehen. Vor allen Dingen im Pass und auch mit Boost, beziehungsweise, ja, jetzt den Ressourcentrank einfach mal genommen. Das Dunkle, ja, auch den Uhrenturmtrank könnte ich natürlich mal nehmen, aber ich mache ja im Nachtdorf eigentlich so gut wie, ich nehme nur mal den normalen Schub, dann gönne ich mir lieber die Gems. Hier haben wir noch einen Machtdrank, noch einen Machtdrank, noch eine Schaufel, da habe ich eh fünf Stück. 50 Juwelen bringt diese Schaufel alleine. Und die anderen, mit den anderen Sachen, muss ich sagen, die beiden Runen kann ich mir natürlich abholen. Die will ich nicht verkaufen für 50 Juwelen, denn die will ich eigentlich, möchte ich hier ganz gerne verbrauchen. Hier haben wir noch eine Schaufel, noch mal 50 Gems. Donnerwetter, also Goldpass bringt natürlich auch einiges an Gems rein. Hier das Baubuch hier, das gönne ich mir für 50. Da können meine Sachen oder meine Sachen im Dunkeldorf ruhig normal wegbauen. Und dann wird es in jedem Fall hier schon ein bisschen weniger. Ich gucke mal gerade, wie wir das eigentlich machen können mit den Ruhen. Ich weiß nicht, wie ihr das immer macht, aber ich sammle das jetzt mal ein und versuche das mal so ein bisschen auf Null zu machen. Je nachdem, wie ich was jetzt noch mit Mauern oder so machen kann. Eine Mille hier, das Dunkle, Dunkle, Dunkle. Ja, das geht mir auch nicht flöten, Leute. Das geht mir auch nicht flöten. Und hier haben wir noch mal 500.000. Dann sind es noch sechs Belohnungen. Okay, also hier können wir dann sicherlich zwei Mauern machen. Ich will die auch noch unbedingt ernten. Ich will dich da markieren. Ich will eine Mauer markieren und erwische bei den Worten hier. Okay, also 3, 2 da. Und hier haben wir noch mal 3, 2 auf die Mauer. Und sinnigerweise würde ich jetzt die beiden Runen nutzen, weil so ganz nutzlos für 50 Gems wollte ich sie jetzt nicht nehmen. Halt das Elixierlager. Ah doch, das sind die beiden Runen hier. Einmal diese Rune hier. Die füllt mir einmal das Gold und die Rune füllt mir einmal das Elex. Dann können wir hier noch wieder ein paar Mauern machen. Ja, so kann man es machen. Eigentlich jetzt noch sind sie billig. Wenn die Tage der neue Pass anfängt, sind sie ja wieder ein bisschen teurer. Denn bis sie dann wieder billiger werden, muss er erstmal ein bisschen Pass spielen. 3, 2. Ja, das können wir uns in jedem Fall noch gönnen. 3, 2 da und 3, 2 da. Also es lohnt sich in jedem Fall, das Ganze so zu machen. Und die sammle ich mal wieder ein. Ich will jetzt nicht sagen für schlechte Tage oder so. Aber sicherlich kommt auch für dieses Rathaus hier irgendwann mal Rathaus 12. Und auch das Dunkle kann ich jetzt auch mal absammeln. Dann sind wir hier mal ganz offen 0. Und das, was ich hier nicht gemacht habe mit dem Account tatsächlich, ich habe erst 18 Millionen, glaube ich, im Lager. Das ist jetzt noch nicht so super viel Vorteile. Ja, so ein bisschen kommt heute sicherlich noch dazu. Aber auch damit werde ich natürlich ein bisschen Mauer machen. Mit dem Dunklen kann ich halt da nichts mehr machen. Meine letzte Forschung läuft hier. Das ist der Erdbebenzauber. Der ist bei mir leider immer als aller 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 letztes dran. Auch hier in diesem Dorf ist er als letztes dran. Und wir wollen natürlich noch ein bisschen clashen hier. Aber ich wollte euch einmal a den Status der Liga geben und b wollte ich euch mitteilen, wie es im Clan Deutschland hier mitgeht. Also oder abgeht. Je nachdem, ob wir da Liga spielen oder nicht. und natürlich die freundliche Erinnerung, wie es denn mit dem der neuen Season hier losgeht, beziehungsweise das ihr auf jeden Fall nicht vergesst. Ich meine, Supercell hat auch schon vor einem Tag, finde ich auch sehr, sehr gut, schon mal darauf aufmerksam gemacht. So nach dem Motto, Leute, Liga läuft aus. Bitte vergesst nicht eure letzten Errungenschaften zu machen, um den Pass voll zu machen. Denn auch für die Silberpass Benutzer gibt es ja ein Heldenbuch am Ende. Das kann ich auch sehr, sehr gut mit so ziemlich allen Dörfern aus, abseits meines 12er und 11er gebrauchen. Und deswegen habe ich mir dort auch ganz brav die Pässe erspielt. Okay, die Suche habe ich euch eben so ein bisschen abgebrochen. Denn die dauert mir dann doch ein bisschen zu lange. Ich bin hier auf dem Rathaus 11 im Moment mit, ich will nicht sagen einer komischen Truppe unterwegs. Aber ich habe einfach mal, ich habe einfach mal so ein bisschen was gebaut. Ich habe einfach mal ein bisschen was gebaut und wollte das mal wieder antesten, wie das hier eigentlich ist. Riesenheiler Rathaus 12. Rathaus 12, was habe ich hier drin? Oh, hier habe ich was cooles drin. Den nehme ich hier auch mal rein. Den und den Worten hier, der ist auf, oh der steht noch nach oben, den muss ich erst nach unten stellen. Nicht vergessen, Leute, Worten immer schön stellen. Ja, ich vergesse das ja auch gerne. So, die quälen sich jetzt schon mal hier so ein bisschen durch die ersten Mauern durch. Ich weiß, das ist jetzt ein Rathaus 10 und sicherlich nicht ganz so schlimm. Aber gerade mit den Hoxie habe ich natürlich die genau nicht richtige Seite erwischt. Hier, Mann, 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 Toto, Toto, Toto. Okay, habe ich jetzt nicht ganz erwischt. Da müssen es meine Helden machen. Aber ein Held ist da schon mal wieder außen entlang und der andere Held kümmert sich jetzt nicht um die Dame da. Ah, ja, 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 das ist mal wieder typisch der Toto hier. Typisch Toto. Falsche Seite erwischt gegen den Zehner und jetzt einen kleinen Fail hier hinlegen. Auch noch. Naja, okay. Was willst du machen? Da hinten ist so eine, ist natürlich jetzt eine Queen, die, die tut mir ein bisschen weh. Keine Frage, die tut jetzt meinen Truppen gleich ein bisschen weh. Die muss ja ein bisschen irgendwie in Gift mal bringen. Und mal schauen, wo wir das machen. Ich denke mal, wir machen das mal einmal da. Einmal, oh, ich habe natürlich die Null Hoxie jetzt gerade in der Worten Aura gehabt. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Und dann kann ich mir nicht anders helfen, als dass ich die hier jetzt wegfrieße. Ich muss die jetzt wegfrießen. Die Queen, vielleicht geht da ja noch irgendwie so ein King hin oder sowas. Müssen wir mal checken. Außen ist die Queen da, tolle Wurst. Naja. Die hilft jetzt mal gar nicht. Und, naja, jetzt muss ich, ich muss sie jetzt mal zünden. Aber da oben sind noch so ein paar Hochs, glaube ich, noch so ein paar Hochs dabei. Ja, der King ist da noch zwei, drei Riesen. Okay, außen geht jetzt die Queen. Naja, gut, haben wir den irgendwie so mehr recht als schlecht gemacht. Ist aber nicht so schlimm, denn es gibt ja den Vierfach-Sterne-Bonus. Den wünsche ich mir allerdings gar nicht mal so im Hauptdorf, sondern eher so ein bisschen tatsächlich, glaubt ihr nicht, im Nachtdorf. Denn dort geht es ja echt schleppen voran. Vor allen Dingen mit Rathaus oder Bilderholen Meisterhütte 9. Denn da brauchst du ja schon mehrere Tage, wenn nicht sogar fast eine Woche annehmen, mehrere Tage, je nach Liga, um da überhaupt mal zu Gange zu kommen, um irgendwas Größeres zu bauen. Also kleine Sachen gehen immer fallen und so weiter. Aber große Sachen dann eher nicht. Okay, den 10er haben wir hier niedergerungen. Irgendwie habe ich das jetzt gemacht. Ich nehme die Armee nochmal, aber ihr seht, dass hier der Vierfach-Stern-Bonus ist richtig krass. Ich kann ihn mir gleich auch nochmal holen. Das ist so ein bisschen auch das Zeichen, dass ich hier in diesem Dorf nicht so super aktiv bin im Moment. Ich spende viel, aber ich kann mir gleich nochmal diesen Bonus abholen. Und das bedeutet letztendlich nochmal locker, würde ich sagen. Eine volle Schatzkammer, nochmal eine gute Mauer, wenn nicht sogar zwei, je nachdem, was da noch zukommt. Und ich bin also auf einem guten Weg, auch mit dem hier so ein bisschen was zu machen. Bleibt ja nicht aus. Ich möchte mir auch in jedem Fall die 100 Gems hier ganz gerne abholen. Ich meine, Geschenken, Gold, schaut mal nicht ins Maul, so heißt es ja immer. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Eigentlich ungewöhnlich auf einen Mittwoch, wo wir ja abends immer streamen. Aber egal, ich habe das heute nochmal für euch festgehalten. Nur als Info, falls die ganzen anderen Sachen ablaufen. Also, Liga-Info habt ihr nun. Schaut auf die Community-Tab und gebt diesem Video einfach mal einen Daumen am Ende nach oben. Und zum nächsten, dass ihr euch eure Saisonbelohnung abholt. Ich meine, hier steht jetzt noch eine Eins, das ist aber nur für den Angriff. Ich habe mir jetzt alle Belohnungen abgeholt. Ich glaube, es ist nichts mehr offen. Eingefordert, nicht eingefordert, nichts. Also, meine Liste hier ist leer. Ich hoffe, ihr leert eure Listen auch noch. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Euer Toto. Clashed.